Inspirierend, erfüllend und auch sehr emotional. Sehr gutes Seminar, abseits von den ganzen Chakra-Seminaren, die es so sonst gibt, fachlich sehr fundiert, sehr tiefgehend in der Materie, sehr motivierend, viel Zeit für gute Übungen, tolles Team, sehr zu empfehlen. Ich bin tatsächlich überwältigt. Das Seminar hat meine Erwartungen weit übertroffen. Also ich sage für mich sehr intensives Seminar mit neun Erfahrungen. Ich habe ein ganz dolles, sensationelles Seminar aufheilen. Das hat mir sehr viel Kraft gegeben, viel Energie und vor allen Dingen auch gefühlsmäßig sehr viel weiter voranzubringen. Das emotionalste Seminar überhaupt. Es bringt einen auf eine andere Ebene. Man lernt viel, man lernt viel über seinen Körper und seine Emotionen und was man alles bewegen kann. Zwei energiereiche Tage gehen zu Ende. Mit Rundumblick auf Gesundheit, Atmung, Kältetraining, Bewegung. Also klasse. Einfach großartig und ich bin auch sehr überwältigt. Das beschäftigt mich sehr. Mehr möchte ich im Moment nicht dazu sagen, aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen.